In wenigen Minuten fahren wir über einen der Höhepunkte auf der UNESCO-Welterbestrecke. Den 142 Meter langen und 65 Meter hohen Landwasserviadukt. Er ist eines der imposantesten Bauwerke der Rädischen Bahn und schwingt sich in elegantem Bogen direkt in einen Tunnel in der steil abfallenden Felswand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Next stop, Fiesel. This train continues to St. Maurice. Passengers for Davos, please change to the connecting train. Fiesel. This way? Yeah. Very nice. Fiesel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020